So, guten Morgen, mir geht's eigentlich wieder ganz gut. Ich muss noch rauskommen, aus dem Bett. Hat heute jemand Geburtstag oder war das gestern? Ah, heute hat jemand Geburtstag und zwar der Dingsbumus, der George, glaube ich, heißt er. Okay, ich muss aber jetzt erstmal eine kleine Pause machen und zwar mache ich das hier so. Dann läuft es tatsächlich weiter, genau. Und ich bin gleich wieder zurück, nur ein paar Minuten. Ich gehe mal hier auf Pause, genau, so. Und dann blenden wir das ein und die Dings mache ich aus. So, und auch da bis gleich. Okay, so, da bin ich wieder zurück. Wir wechseln wieder über auf das Spiel und es geht weiter. Ich habe gerade eben beschlossen, dass ich jetzt noch diesen einen Tag mache und dann aufhöre, weil ich am Sonntag ja nochmal auf Sendung gehen will und da will ich dann den Herbst beenden. Aber den Winter noch nicht anfangen. Und deswegen jetzt nur noch einen Tag und am Sonntag dann vier Tage müssen das da sein. Und dann, ja, am Freitag drauf dann wieder mit dem Winter beginnen. So, sammeln wir das mal ein. Und das auch, wenn wir gerade dabei sind. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich da in der Höhle wieder eins auf den Deckel gekriegt habe. Es sah ja so gut aus, ne? Aber schön, dass hier so viel Gras wächst. Das gefällt mir, das ist gut. Das muss ich auch noch rechtzeitig ernten. Fällt mir gerade ein. Ja, gut. Ja, ne? Am letzten Herbsttag oder am vorletzten dann oder so kann man das machen. Wie viel haben wir denn da? Hm, 14 noch, ja. Ja, zur Not müssen wir dann eben was kaufen, ne? Das nutzt ja nichts. Aber wir haben ja genug Geld, also das sollte ja gehen. Hallo, ich will das einsammeln. Ach, weil das Inventar voll ist. Ah, Mensch. Das Inventar ist voll. Also dann, raus mit dem Gerümpel. Erstmal hier. Was kann ich denn verkaufen? Das da, das da, das da. Boah, das ist gar nicht so viel, was ich verkaufen kann. Das hier noch, das auch. Honig. Ja, okay, dann. Ach, Moment. Ja, doch. Machen wir erst mal das Inventar einfach mal so leer. So, Materialkiste. Die Dinger sind hier nicht drin, ja. Und der Schleim, aber Schleim... Ja, Schleim habe ich aber woanders doch auch noch, oder? Ja, ich meine schon. Na, egal. So, dann noch Holz. Das Treibholz passt da nicht rein. Mhm. Dann, äh, hier. Ja, da war das mit den Pilzen. Ähm, das da... Nee, das ist da auch nicht drin. Hm. Okay, was ist das denn hier? Also das hier ist da drin. Da sind auch noch Pilze. Ja, ich habe da so ein System, das ich selbst nicht ganz durchschaut habe. Okay, das hier, das hier. Und dann kann ich da noch was reinschmeißen hier. So. Dann machen wir mal die zwei hier. Ah, das sind gleich zwei CDs. Ja. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Dann lesen wir noch mal den Brief. Ähm... Fünf... Oh. I'm really good. So, also der Bürgermeister freut sich, dass wir... Also ich ein Mitglied der Gemeinde bin. Fünfhundert, äh, Geld beigelegt, ähm... Wollen wir mal... Vom... Agricultural Fund. Ich... Ich... Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Ich verstehe es zwar, aber... Naja. Um mir weit zu helfen mit meiner Arbeit. Ja, okay. Gut. Schön. Dankeschön. Ähm... Freut mich, aber ich brauche das Geld eigentlich nicht wirklich. Erfreulicherweise. Okay. So, jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Da war ja das Inventar voll. Warte, ich bin nur wieder zu schnell gewesen. So, dann... Ach, da liegt noch ein Entenei. So, und... Ach, guck mal. Geht doch genau auf. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Heu ernten. Also hier so Gras ernten. dass die Tierchen wieder... was zu futtern haben. Ist ja nicht mehr so viel da. Nein. Ach, geht. Nein. Ja, ist ja gut. Ah, okay. Wenn... Wenn du keine Milch hast, dann ist das was anderes. So. Na, ist doch gut. Okay. Dann sollten da alle durch sein. Und... gleich wieder befüllen. Noch eine Ziegenmilch. Nein, ich will das nicht direkt. Hier, so. Und... Haben wir noch was übrig? Nein. Okay. Dann lasse ich euch auch raus. So, jetzt auf dem Feld. Kann man das aber ernten. Diese hier. Soll ich da jetzt was Neues noch anpflanzen? Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich muss das Feld mal... Nein. Äh, ich muss das Feld mal anzäunen, dass die... Tiere da nicht drauflaufen. So, haben wir da alles? Ja. Dann hier noch Mais. So, okay. Und das hier? Ne, das geht noch nicht. Oh, Moment. Da war... Da war es hier. Ähm. Ich glaube, ich pflanze nichts Neues mehr an. Die Mühe mache ich mir jetzt einfach nicht mehr. Soll das hier noch alles wachsen, was da ist? Das wird sowieso nicht. Guck mal, da haben wir ganz, ganz kleine noch. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Okay. Ne. Soll mal gut sein für dieses Jahr. Für diesen... Ja, für dieses Jahr auch. Ähm. Ja, komm. Ne. Machen wir einfach nicht mehr. So. Ich will nochmal hier ein bisschen Gras ernten. Mit der Sichel. Hier, da, wo es am dichtesten ist. Gehen wir einfach mal so durch. Dass wieder noch was nachwachsen kann. Ah, das geht ja automatisch in die Dings. In das Silo. Ja, das ist gut. So, okay. Lass dich mal so. Nehmen hier den mal mit. Hier den Kollegen. Wo habe ich denn meine ganzen Köder? Habe ich die etwa verloren in der Höhle? Nein, die sind hier. So. Plupp. Ein neuer rein. Wie viel Heu haben wir denn jetzt? Ne, ist das Heu jetzt? Oder Stroh? Oder wie auch immer. 41. Ja, das ist nicht so viel. Aber es reicht jetzt wieder für ein paar Tage. So. Was kann ich da jetzt reinpacken? Ähm. Mais vielleicht? Ich glaube nicht. Doch. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und da ist ein Diamant fertig. Und die Dinger sind auch fertig. Da kann ich gleich wieder was Neues reinstecken. Zum Beispiel die Zeitung. Und das kann man da hin. Und das sind gleich drei Stück. Brille 2. Ja. Okay. Nein, ich will die Zeitung da reinmachen. So. Dass ein Inventarplatz ähm wenigstens frei wird. So, ja. Jetzt hier. Das hier weg. Das hier weg. Das, das, das. Oh, Moment. Ich brauche noch Lauch. Ja, okay. Das, das. Come back. Das da. Das da und das auch. Nur da ist ja ziemlich leer geworden. Wo habe ich jetzt Lauch? Für Dingsbums, ne? Ähm. Ne, Lauch war doch fürs früher. Das ist die Sommerkiste. Und früher. Das ist doch Lauch. Ja. Ähm. Und George. Okay, dann mal auf zu George. Ansonsten dürfte alles gemacht sein hier. Ich bin versucht, wieder in die Mine zu gehen. Ja, und den, die Scharter wieder auswetzen. Aber, ah, naja. Naja. Im Winter kommen wir ja dazu. Und das ist ja nicht mehr lange. So. Wo ist denn George? Ne. Moment. Wo wohnt George? Da ist der Bürgermeister. Ja, genau. Nein, das ist nicht der Bürgermeister. Das ist das Haus des Bürgermeisters. Das ist dahinter dann. Okay. Da ist Evelyn. Ja, ich sehe sie. Aber ich wollte ja zu George. Da muss es sein. Das ist auch da. Und, äh, George ist auch anwesend. So, guck mal. Ich habe dir was mitgebracht. Haha. Ha. I got this. Thanks. This is not. Immerhin. Na, er freut sich sogar. Zumindest ein bisschen. Aber gebracht hat es ja wohl nichts hier. Ähm. George. Da muss ich noch weiter nach unten gehen, ne? Aha. Aber so weit auch nicht. George. Wo ist er denn jetzt? Er hat doch nicht zwei Herzchen bei uns. Äh, oh, sogar drei. Ja gut, an den Geburtstag denken, na, das haut rein. Und dann auch noch was schenken, was ihm gefällt. Boah, George. Drei Herzchen von George. Hm, das ist ja eine Menge. So, jetzt will ich noch mal an den Strand gehen. Und gucken, was es da so gibt. Oh, ich muss echt gleich aufhören. Ich hab echt voll Hunger. Aber ja, diesen Tag noch zu Ende. Und dann, äh, geht's am Sonntag wieder weiter. So, hier liegt aber leider nichts mehr. Hier haben wir was. So, und, ähm, äh, da, 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 da rein. Okay. Müsste alles voll sein. Oh, Moment, da sind wir noch. Und, aha, einen trockenen Seestern. Aber den haben wir schon, weil ich gucke noch mal nach. Joa, ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ist egal. Finde ich vielleicht noch mal irgendwann raus. Und wenn ich doch nicht. Gut, dann haben wir da auch alles. Hm. Ja, jetzt noch mal in die Mine gehen. Nee. Nee, nee, nee. Ich will es jetzt nicht überstürzen. Das muss auch nicht sein. So, aber was kann ich jetzt noch machen? Ähm, außer Inventar ausleeren. Ach, wir könnten noch mal zum Magier gehen und ihm was schenken. Genau, das, das ist eine gute Idee. Oder zu Maru. Also auch keine schlechte Idee. Schade, dass das mit, ähm, mit Robin. Ah, Robin. Nicht so geklappt hat. Ja, die macht sowieso gleich zu. So von wegen Hausausbau und so weiter. Hm, das wäre nichts mehr. Ja, schade, ne, aber gut. Einfach mal Pech gehabt. So, dann kann ich das hier weg. Das und das. Und dies auch. Okay, ich will die beiden Sachen abholen. Und. Das da rein. Ja, okay, was noch? Achso, ich wollte zum Magier, genau. Und er könnte... Oh, Moment, ist das hier? Ne, ist doch noch nicht fertig. Äh, Moment, wo war das denn? Hier doch, oder? Nehmen wir mal... ...so eins da mit. Dahin. Guck mal, da kann ich noch was in die Materialkiste stecken. Nämlich das da und das da. Und das auch. Und die Besonderheiten. Hier. Da. Habe ich schon sechs. Was ist denn das hier? Ein Totem. Ja, ich glaube, diese Kiste kann ich auch mal wieder ausmisten. Irgendwann mal. Irgendwann mal so demnächst. Ist da etwa kein Köder drin? Komm, wenn ich schon hier bin. Doch, da ist Köder dran. Gut. Dann hat sich da nur noch nichts gefangen. Ich nehme mal die Bären mit. Und da ist dieses blöde Zeitung, ne? Was? Zeitung. Naja, man kann eben nicht immer Glück haben, ne? Ich finde es auch schön, dass der Mager immer zu Hause ist, wenn man da hinkommt. Und jetzt ist er dann gar nicht zu Hause. Naja, kann sein. So. Rein in den Turm. Da ist er ja. Was quatscht da denn so? Ja. Okay. Noch was? Aha. Ja, okay. Aber so viel Zeit haben wir da nicht. Achso. Ja. Ja, Moment. Ich habe da noch was für dich. Nämlich dies hier. Ja. Ja, freut sich. Ah, schön. Oh, 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 oh. Das ist ja cool. Ah, schön. Sogar noch über Penny. Also gleich viele Herzchen. Aber über Penny. Ja. Aber nicht über Maru. Apropos Maru. Hm. Wie? Da war doch schon mal ein weißeres Herzchen da. Das war doch schon mal voll. Warum ist denn das wieder weg? Ich muss gleich mal zu Maru laufen. Und ihr zumindest ein Eis schenken. Hm, das, äh, wundert mich jetzt ein wenig, aber gut. So, da wieder rein. Ja, komm, dann laufe ich jetzt noch mal zu Maru. Oh, ach, da kann ich aber gleich mal zumachen hier. So, auch da, und dann gucke ich noch mal in diese Höhle da. Oh, da ist, da ist aber viel. So, jetzt aber. Da liegt noch eine Nuss, die nehme ich mit. Und da ist zweimal Firma. Die lasse ich mir natürlich auch nicht hingehen. Oh mein, ich probiere das mal aus hier. Na, hier, ach so. Aha, das war ein Skeletter, ne? War das jetzt so, weil ich da diese, diese, diese Fertigkeit angewandt habe, oder? Oder, oh mein, da waren doch noch mehr, oder? Ne, noch nicht. Oder wäre das auch so gekommen? Äh, zugesperrt. Ja, ist gut. Warum denn das? Ne, das ist auch zu. Okay, mhm, dann bringt mir das nix. Okay, dann. Ja, komm, dann, dann gehen wir doch mal rüber zum, zum Angeln in den See. Nachts. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube, es war nicht so recht, aber. Man kann es ja mal versuchen. Ach so, doofe Karpfen wahrscheinlich wieder. Okay, einer hat gebissen. Hm, ja, sieht nach Karpfen aus. Ja, es ist ein Karpfen. Äh. Und da ist wirklich nur Ebenen 90. Hm, ja. Ja, okay, da will ich aber jetzt nicht hin. Es ist auch schon spät. Äh, wieder raus. Ganz hoch und, äh, zurück. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust auf Angeln, ne? Oh, noch eine Nuss. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal ins Bett, denn, äh, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich könnte noch ein paar Bäume fällen oder sowas. So, hier noch mal Sachen reinschmeißen. Das, den Fisch, äh, diese zwei Sachen. Hm, ja. Und das und das dorthin. So, okay. Ja, es ist aber auch schon halb elf, ne? Ja, komm, wir machen mal einfach noch eine kleine Runde. Wie es denn hier so aussieht mit, äh, mit Bäumen und so. Hm, geht aber. Hm, ja, doch. Das sieht alles ganz gut aus. Warte links. Da ist noch viel Wald, aber, ja. Stört erstmal nicht weiter. Na. Zumindest die Steine mal weg hier machen. Okay. Ja, dann, äh, mal hier noch gucken. Ja, genau, da war doch dieser Schrein vom Großvater. Ja. Nein. So. Ja. Aber mehr ist da nicht. Und ich glaube, da war doch mal die Nachricht, dass der im dritten Jahr oder am Ende des dritten Jahres erscheinen wird oder so. Ich meine, so war das. So, ja. Aber wie dem auch sei, jetzt muss ich noch ein paar Sachen wegräumen und dann geht's ab ins Bett. So, das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg, das da, das da, genau. Und die Skeletthand kommt dahin. Da haben wir auch schon vier jetzt insgesamt. Wie sieht's denn da aus? Ist das fertig hier? Oh ja, das ist fertig. Oh, guck mal, da kann man Tuch. Na, ist auch nicht verkehrt. So. Ähm. Und die zwei Brillen da rein. Was die Leute hier Brillen verlieren, das ist unglaublich. So, einmal hier, das da und das Tuch da rein. So, ab ins Bett. Wer hat denn Geburtstag das nächste Mal? Niemand mehr in dieser Jahreszeit. Auch gut. Aber da ist noch ein Fest. Okay, achso, dann, Moment, Kalender, eins, zwei, drei, vier, vier Tage noch im Herbst. So, und jetzt ab ins Bett hier. Ähm, ja. Ach ja, doch, das sind ganz akzeptable Einnahmen. Fast 10.000.